In einer verkehrsberuhigten Anliegerstraße befindet sich diese attraktive Immobilie, die Ihr großes Familiennest werden könnte. Neben dem Gäste-WC befinden sich im Erdgeschoss unter anderem auch die Küche und ein Hauswirtschaftsraum sowie ein großer Wohn-Essbereich. Dieser bietet nicht nur Ihren Gästen, sondern auch einer ganzen Fußballmannschaft Platz. Während im Erdgeschoss auch noch ein Büro vorhanden ist, erwarten Sie im Obergeschoss gleich vier helle Schlafräume. Die freundliche, helle Ausstattung des Hauses wird auch hier ersichtlich. Auch das großzügige Familienbad mit Dusche und Eckbadewanne befindet sich auf dieser Etage und ist ebenso ein Pluspunkt wie der ausgebaute Dachboden. Das Grundstück ist ca. 340 Quadratmeter groß und besticht zum Beispiel durch eine geschützt liegende Südterrasse. Untertitelung des ZDF, 2020